die 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 Kurse Nummer das ist gut spielen die Schlampe natürlich die Klinik der Kürtel jedes Mal über jeden die Form der Tieren die Erfamilien der Rettel die Glaublich Ab und zu hat er auch verabgehalten oder Nuri oder aber nicht man wie er er krankenschläger die Erfüllung heute noch die Erfüllung die hier das Erfüllung er Jesus wird schwach mit der Bahn, man. Er muss erwischt. Er hat Perso, man. Der Junge muss in den Knast kommen. Der hat sieben Nutzen. Sieben Stück. Du Hurensohn! Jesus ab und zu ist er auch Taktifahrer. Du kannst nichts sehen. Nimm die Kamera da vorne. Siehst du, Marco? Ihr seht alle Marco, hör zu. Jesus geht Marco Klon. Jesus geht 1 Euro. 1 Euro laden. Here it is. Wer es nicht hältst? letonang. Ich weiss nicht. Herr hats getting. Du bitte weiss nicht, er hat geschrieben. Hispete Blom an. Ich will nicht weiter erzählen, ich will nicht wieder erzählen. jesus trägt Flipploch mit Socken jesus 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 hat Segelohr, ganz eigen jesus hat Segelohr, ganz eigen jesus hat Segelohr, man jesus fett Roller, man 50er, kennst du doch, man das ist doch ein Kennzeichen 0 0 5, 7, 7 hey jesus, man jesus geht Flipploch, kennst du auf diese Pyjama-Sachen, ne ja, läuft damals rum jesus 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 hat Heidi Davison, ihr kennt doch, brumm, brumm ja, guck mal, da drauf, geht alle da drauf, siehst du das jesus hat so ein, als jesus verkauft jesus hat so eine, mit PKK-Flagge hinten drauf jesus hat letzte Woche von Türken kaputtgekommen, man jesus, man, der freut mich so gemacht, man was geht das? da dachten wir nur, was soll das denn, ne wirst du mal das mit jesus rum, Alter du bist, du bist, du bist, du bist, du bist da noch mal richtig, du bist, oder was, wie okay jesus, ne jesus war kein Christ jesus war kurde jesus war eiskeit kurde jesus, jesus, jesus war, fall mal fall mal, fall mal, die kennt fall mal, wo, er braucht den Rofmann, jesus, wenn jesus lustig ist, ne jesus lustig ist, ne jesus lustig ist, ne hier noch ich will gar nicht viel mehr schreckt hier wird es gut auch gleich wie die letzte Woche so ein Junge wieder Boden er wurde von Schrauben obwohl jetzt nicht auf Boden ist schon weg jeder Boden was er macht nehmen es nicht mehr bei der Reise so wenn ihr es geht in Kloppen nachdenken ich bin aber nicht in der Reihe Schülernstunde sein wurde Jesus hat die Zehn Gebote aufgestellt. Du bist richtiger Kurde, wenn du mehr als eine andere sagst. Du bist richtiger Kurde. Du bist richtiger Kurde. Hör doch zu. Du bist richtiger Kurde, wenn du einen schlägst, der dich ja nicht angeguckt hat. Das sind die Zehn Gebote. Wir waren zwei, Mann. Warte, jetzt zähl doch weiter. Jesus. Ich hab nicht so viel Zeit, Mann. Jesus, ich bin doch ran, weil die Zehn Gebote ist ein drittes Gebot. Du bist richtiger Kurde, wenn du beim Schwarzfahren erbespielst. Du bist richtiger Kurde, wenn du über Rot fährst. Du bist richtiger Kurde, wenn du Deutsche schlägst. Du bist richtiger Kurde, wenn du Kickboxen machst. Du bist richtiger Kurde, wenn du Bosskurs schlägst. Ja, Mann. Jesus hat Nike Sneakers. Das ist ein richtiger Kurde, Alter. Ich hätte nur seine Hausaufgaben verloren.